Was hat... was... 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 ja wir fangen an. Weiter geht's. Battlefield 1. David Snipert. Der ist der Scharfschütze... ja wir haben... der Scharfschütze, der Schwachpunkt. Ich hatte auch einen Scharf heute. Naja aus dem ist bildlich vor. Also Rush, britisches Empire Angreifer in der Wüste Sinai und wir haben davon eine Runde gespielt. Rush. 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 Wie heißt denn das? Wie spricht man das aus? Rush. Rush, ne? Rush. Er ist ruhig, weil man ist's ruhig. Ja Uwe Besterversorgung soll dort wie immer gewesen und wir haben gewonnen und daran gedacht okay wir nehmen wir auf, weil die Chance gerade groß ist müdien. gewinnen und dem es mal wird nicht vor Ort bekommen das erste Mal waren so und auch dann nicht dann was ist bis du bist ja ein bisschen Erfahrung wie vor sowas auch ich geht vor wo seid ihr nach von sich Kälscher mit dem Haus ich habe die Böschung im Verteiligen es ging schön hier und wir kommen zu der Hand und Frank und Schuhe allein ein Kostmann ich hab den es nicht gesehen damit kennen wir ja erkennt eine andere Aum so wie er hat sie hat Kühlen jetzt hat Gott mann ins Haus ist einster Linus Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel besser entschärft. Das ist ein Sniper. Mach ich alle fertig da oben! Backup! Oh, ich muss schon weiter machen. Livestream reinsteigen. 21. Ich kann den Panzer nicht mehr lange halten. Ja, das ist eigentlich auch gerollt. Das wird die Bauer hält. Wir oben sind die ganzen Sniper hier oben. Das wird schlussendlich. Und so eröffnet sich einsetzt. Ja, ne? Und das war nur 8 Faktmann, andere Panzer hinter mir. Das war ein Wunsch in die Nürnberg. Auch ohne Sniper alle wieder nach der Spitze. Also werden wir doch nicht gewinnen. Aber ich bin jetzt erstmal Frage aus, muss man den Panzer wegmachen von denen. Ich mache das auch schon. Ich bin bei dir. Bin bei dir. Bin bei dir, Uwe. Bin bei dir, Uwe. Ja, wunderbar. Einmal nur halten, das Ding. Sprengsatz an Einsatzziel, Albert platziert. Was? Achtung, kommt ein, Uwe. Ist aber angeschossen. Gut, Schatten. Hast du? Sehr gut, sehr gut. Scheiße. Ja, macht einer unscharf. Uwe, kommt wieder einer. Oh, toll. Ich konnte nichts machen. War alleine. Ja, ich habe mich schwer beschädigt. Ich habe mich zwar selber mit... Mann, das sind so viele, ey. Ja, wir haben da auch. Ah, Hammer. Okay. Uwe ist schon gefeiert. Wunderbar. Schwarz war tot. Aber es war... Ja, läuft, 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 läuft. Schwarz war auch tot. Ich habe 0 zu 4. Abschüsse. Bei uns Sniper, das ist sogar der Panzer, oder was? Dass ich oben richtig sehe, kann sogar der Panzer auf dem Berg. Ist doch nicht mehr normal, mit Sniper solche hier in Battlefield. Aber wieso ist hier schon einer auf unserer Seite? Da kommt einer von hinten, aufpassen. Oh, und dann können die nicht mal was. David, fängst du dann an mit Snipern, oder? Wunderbar. Wunderbar. Ich dachte, das heißt ja. Nö. Dach nochmal. Das nochmal. Was ist nochmal. Das nochmal. Wir sind los. Dach nochmal. Ja, ja, ja. Ich bin auf den Weg. 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 Das war schon wieder von der Seite. da haben wir reichen an ihm und mir reißen ich war an dieser Trex im Gehlung ich habe schon weg in der Form gehen sehr schön so ich bin mit den Scheißschädel okay mach mal ernst ich habe noch keinen Sprengsatz auf von hinten von den Achtung Achtung dem war es ja so mal über die Kiste sind ja ich bin auch hier ab und links von links von links ehemals auch habe ich das schwein für die Möschung für die Ausdrücke aber wir haben dann dabei ist es auch schlimmer ja der Sitzung ach man ich habe mich Fakten ist und drei vier Mann Kölner nun wurde zünder uns die noch aufräumen die haben uns zu dahinter und zu noch nicht eine Frau doch einen Hintergrund aber wie ich hat mich natürlich gleich erlebt wir haben es auch noch länger es wird markiert Kopfschuss weiter geht ja nur ist es noch hier war ein Schöner mehr die müssen ja dann selber zurück oben ist leider mit oben links rechts rechts oben rechts oben berg wie das so auch ich habe mal hier oben im Sniperberg an das stand eventuell mal das neue Austrag mich noch mal was schon mal da und da die Mühle ist ein ein bisschen den Schrein noch mal in Schwerden und immer mehr als er nicht nicht hat hier keine Begegnung im Scheißhaus und sind in den Norden in der die Felden kommen und werden doch der das war nicht und so auch wenn er sich aus dem Weg Amtsbund schon will ich nicht so ein solches Buchstuhl ich komme dann gleich wieder bei jo Jungs, kriegen wir die Kisten? Oder nicht so? Ich komme jetzt hier mit dem Panzer A, B A Gut, bin ich auch dabei Wie haben wir denn jetzt habe ich einen Leifstrichen gewohnt? Ich versuche mich gerade ein bisschen mal so als Schaufschützer Mach da Prost, da drüben Bist du da mit dem Panzer? Pass auf, bei dir bist du Panzer Ich schieße den Schaufschützer Ja, der hat nicht Einen getroffen, der andere schießt auf mich echtes Sniperseuche da hinten auf dem scheiß Berg, ne? Da schießt er auf einen und andere auch richtig Ich bin da, der wird sitzen mit dem Panzer Raus 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 2 Ich konnte nur, ich könnte wieder mal auf den Pammenschießen oder auf den Garen Kisten zu und kämpfen Hauptsache hier 1 Eintel Willmann Eintel Wollmann Wollmann 2 Wollmann 2 Wollmann 1 Wollmann 1 Wollmann 1 Wollmann 1 Wollmann 1 Wollmann 1 Wollmann er ist mir zeigen ja alles zu zeigen auch es war immer noch nicht die Lernbeck der Streifen sind sie zu glauben der Mischof hat ja immer sich hierhin mal weg wir haben eine bestellen um das war auf dem Berg diese Scheißneiber weg holen nun das kann man machen und vor allem der Mütter die hier toll kannst du mal machen kommt ein kleiner kleiner Bande an gefahren kannst du mal muss jetzt die Schmiede den Füßen oder ärgerlich wir haben nicht dieses Arschgesicht nein ich habe noch mit mir genutzt um auch ich gehe kaputt wie sie da hinten rumliegen als es echt nicht mehr innen das heißt es sich auch die Werbung und wenn man um den Canyon umgehen die Idee sprich jetzt dann kommt rein oder so ich bin ja nicht durch schön ja ich komme in den Pumse vielleicht lässt ich kann alles schon wieder Pumse abwerken haben und du? ich bau gleich mal aber reparierst du? einfach mach der B versuch der A zu infiltrieren scheiße wo soll ich denn da jetzt drauf schießen? Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert da ist unser Mann da liegt er wie heißt er? zieht man nicht zieht man nicht die Gäste die Gäste das ist das ist das ist das ist das ist Prozent so gut die Tüter bis ich bin hier ich stehe die Kiste an die Städte ganz kurz und schießen und schon ich habe muss ich habe in der Panzerbüchse alles auf dem sehr gut da hinten in der Mitte ist in den Felsen keine Granate mehr ja ja so ist das so gestorben laden nach der Folie an habe ich den Einrichter sehr gut du bist du bist heute vor Ort wenn ich uns bestehen schon mal machen muss dann mal vorn richtig Jungs die haben es bald sieht aus wer unsere Reiterskott gestorben ich muss einfach nur Flammenwerfer steht da oben man macht die Kiste B da wird dann drauf und geht aber ein ok schieß das Flammenwerfer da oben steht ok ok die Schauspieler auf dem die Schauspieler sehr gut gut nur so auf mich nur so auf mich und sie ist das nicht der Umfeld Flammenwerfertyp rum wie gesagt ja Ja, sehen. Ich geh gleich mal zum David mit deinem Panzer rein. Und mit Panzer auch? Nein, Panzer. Aber wirst du wieder David? Ja, ich reparier. Alles klar. Los, fort. Er ist fort gewesen. Harklinger. Vorne um. Stechen. Direkt da. Wo oben ist ein. Hm? Wings bei dem Felsen. In vordring mal. I was down. Okay. Crazy. Ich muss kurz. Ich muss kurz. Ich gebe dir Feuerschutz. Okay. Ich versuche die Augen. Ich bin veraktiv. Ich bin veraktiv. Ich weiß, wo ich eigentlich nicht überleben. Ja. Das ist richtig. Ich bin mit Flammwerber. Aber dann muss ich mal kurz. Ich schulden. Okay, ich falle vor. Ja. Mach der A, wie kompliziert hab ich versuch. Okay. Geben dir Beistand. Ich bin mal mehr verarschalten. Ich bin mit Flammwerber. Warum das nicht mehr in der Hand zu machen? Ich bin mit Flammwerber. Auf dem Dach. Ich bin mit Flammwerber. und dann muss ich reparieren und kannst nur durchschießen glaub ich aufkommt einer Frühe alles klar ich bin im feindlichen Panzer die Anleihen Flammschütze mit Nahrkampf ausgestalten damit hat er nicht gerechnet das kleine Schwein und wir haben gewonnen ja solche Tage gibt es auch mal so Absturz zockt auch mal Battlefield 1 eine Runde gewinnt schauen wir doch mal auf die Punkte ich denke also im Panzer David klasse du bist Fahrer ne hat man es wieder gesehen das Leibergewehr kannst du wegpacken Uwe du musst ein Sturmzelterspielen du bist immer ganz vorne dran denn wir machen weiter wir sind Opfer Entschuldigung hier guckt da Uwe du bist der Platz wirklich ein Wunder halt jeder na ich hatte ich also muss wirklich sagen diese Runde war echt krass das ist so wenig gekillt hier ganz im dritten in 30 Kilo noch ich hatte dann war noch nicht dabei ja ich habe schon gesagt ach so jetzt bin ich ja wieder in dem Menü wo ich wieder reinkam ja na da kümmern wir uns ja wie gesagt wir sehen uns in der nächsten Folge wir machen weiter so und jetzt geht's los Game oder TS3 Server könnt ihr immer noch bei MR7host.de mit dem Promocode Absturz zockt LP spart ihr sogar noch 5% pro Monat ja also nicht nur einmal ja und mit den Worten hey bis zur nächsten Folge danke fürs Einschalten tschö mit Ö tschö mit Ü tschö mit V das funktioniert bei MrE stud&撑 ich bin parishioniere hey 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 M